Herzlich Willkommen meine Lieben zu diesem Video. Dieses Video springt ein bisschen aus der Reihe. Es ist so eine Art Vlog oder eine Art Freestyle. Das geht darauf zurück, dass ich am Ende meiner Denkwoche angekommen bin. Ich war schlicht und ergreifend eine Woche hier in meinem ehemaligen Zimmer, was jetzt eine Ferienwohnung ist. Und ich habe die Zeit genutzt, um nachzudenken und die letzten Monate zu verarbeiten und schlicht und ergreifend das zu tun, was ich ansonsten predige. Weil in meinen ganzen anderen Videos geht es ja häufig ums präzise Denken. Es geht um Fokus. Es geht darum, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und es geht auch ganz oft darum, sich bewusst zurückzuziehen, um nachdenken zu können, um Ruhe zu haben, um nicht den Kopf voll zu haben mit Eindrücken oder gut gemeinten Ratschlägen anderer. Und das mache ich natürlich selbst auch. Und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes entproblematisiert. Denn in dieser Woche habe ich genau das gefunden, was ich finden wollte. Eine bessere, eine präzisere Ausrichtung dessen, was ich anbiete. Dazu wird es bald weitere Videos geben. Ich möchte euch einfach einmal kurz zeigen, wie ich das hier so aufnehme. Und danach erzähle ich noch eine kurze Geschichte, wie diese Denkwochen, die ich hier mache, in meinem Leben schon ganz oft unglaubliche Erfolge möglich gemacht haben. Sodass du das für dich übernehmen kannst und für dich mal überlegen kannst, wie sinnvoll es vielleicht für dich ist, dich mal bewusst rauszuziehen mit einer konkreten Fragestellung und einem konkreten Ziel und dann die Zeit und die Ruhe für dich arbeiten zu lassen. Also einmal kurz hier zum Setup. Blick hinter die Kulissen. Ja, so sieht es hier aus. Großes Zimmer, wo ich hier das Licht aufgebaut habe. Da steht das Flipchart. Und ja, da kommt die versprochene Geschichte. Ich war zwei Jahre Assistent der Geschäftsführung tätig und in der Zeit habe ich 150 Prozent mich mit diesem Unternehmen identifiziert. Der Väter GGMBH. Das heißt, ich arbeite, ich denke den ganzen Tag darüber nach. Ich mache das, was ich tue, mit voller Seele. Ich mache das Unternehmen, wo ich arbeite, zu meinem eigenen. Und in der Zeit habe ich gemerkt, dass ich allerdings was anderes brauche. Ich brauche eine neue Herausforderung, sagt man ja, so eine neue Stelle. Ich wollte auch mehr verdienen. Wir wollten aus Hamburg wegziehen. Und es gab viele weitere Gründe. Und mir war klar, da ich so committed bin, wird das, während ich da bin, nicht funktionieren. Also ich werde erst diesen neuen Weg gestalten können, wenn ich das vorherige abschließe. Das habe ich getan, habe es ein Jahr vorher angekündigt, sodass jeder sich darauf vorbereiten konnte, was kommt. Und dann war ich frei. Und Bekannte von mir haben gesagt, das kann man noch nicht machen. Man kann noch nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, ohne was Neues zu haben, wenn man eine Familie hat. Und meine Frau hat ja studiert Medizin. Davon konnten wir also auch nicht leben. Und ich habe gesagt, doch, 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 das kann man. Weil jetzt habe ich Zeit, den nächsten Schritt vorzubereiten. Und das habe ich auch getan. Ich habe sehr schnell herausgefunden, was ich wollte. Ich wollte Scrum Master werden. Und dann habe ich gesucht. Und ich habe beim Suchen eine wahnsinnig schlaue Strategie angewendet. Ich habe nämlich auf meinen Stärken aufgebaut. Und meine Stärken sind Gespräch, Dialog, Netzwerken, Leuten zuhören. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde keine Bewerbungen schreiben in dem Zeitraum, sondern ausschließlich telefonieren. Also ich habe mir vorgenommen, ohne Anschreiben und Lebenslauf zum Traumjob zu kommen. Und das hat Tatsache so funktioniert. Also ich habe über 100 Gespräche geführt, Telefonate, in denen ich nicht gesprochen habe, sondern mein Gegenüber, vor allem interviewt habe. Ich habe unendlich viel dadurch gelernt, diese Zeit also genutzt, um zu wachsen. Und habe Tatsache dadurch mein Gehalt verdoppeln können. War auch in der Firma später, Vorsprung at Work, sehr schnell mit in der gewählten Geschäftsleitung drin. Und es war einfach perfekt. Es war das, was ich gesucht hatte. Und das wollte ich euch als kleines Beispiel mitgeben, wie so eine Denkwoche funktionieren kann und was sowas bringen kann. In dem Fall war es ja fast ein Denkjahr. In jedem Fall ist der Mechanismus immer der gleiche. Solange man am Rennen ist, solange man voll im Commitment ist, sieht man bestimmte Dinge nicht und kann sie nicht sehen, weil der Geist ist damit verbunden, die Aktivitäten zu steuern, auf die man sich festgelegt hat. Wenn man dann irgendwann feststellt, jetzt brauche ich aber strategisches Denken, jetzt muss ich mal über die Dinge, dann wird das nicht an einem Nachmittag mit einem Glas Wein klappen, sondern in aller Regel, indem man sich rauszieht, Abstand gewinnt, auch eine, wie hier, eine Umgebung wählt, die wenig Reize hat. Das ist eine Ferienwohnung, die ist nicht vollgestellt, die ist klar, die ist aufgeräumt, alles glatte Oberflächen. Das hilft mir natürlich enorm, zur Ruhe zu kommen mental und mich frei und offen zu machen für das, was da kommen soll. Wenn du da zum Beispiel noch mehr und konkrete Beispiele hören willst, dann habe ich hier dir eingeblendet das Interview mit Rolf Duda. Rolf geht perfekt darauf ein, wie wichtig es ist, sich zurückzuziehen, um Platz zu machen, was man selbst eigentlich will. Genau der gleiche Erfolgshebel.